Hey, willkommen zurück. Ich musste ein bisschen Pause machen wegen Arbeit und bin jetzt wieder in der Hub-Stadt, weil ich den Spielstand geladen habe. Und das Spiel merkt sich nicht, wo man gerade war, in welcher Region, sondern man startet dann immer wieder im Hub und muss dann erstmal zurück wieder zu der Position laufen. Und meine Hoffnung ist, dass ich mich noch daran erinnern kann, wie ich da überhaupt hinkomme, denn wir stehen ja vor der Bibliothek. Und genau, da sollen wir ja auch hin. Und da wollen wir auch rein. Ich glaube, es ging hier durch eine Abkürzung dann in den Garten, wo bekanntlich ja nur die Harten hinkommen. Und dann landet man auch schon relativ schnell in diesem kleinen Labyrinth, wo man dann am Ende im Vorgarten endet. Ach, siehst du, nee, ich bin durch das Gasthaus gegangen. Also es gibt zwei Wege, um da hinzukommen. Man kann entweder hier durch den Garten laufen oder man geht halt durchs Gasthaus und ist dann im Grunde genommen auch wieder an dem Brunnen. Wo wir jetzt aber auch gleich wieder sind. Oh, keine Ausdauer mehr. Ja, oder ist das ein Brunnen? Ui. Ja, zumindest hier diese kleine Wassergartenanlage. Also im Brunnen ist es nicht direkt. Ja, das wäre übertrieben. Genau, hier sind wir rausgegangen. Und dann in die Schenke rein. So, jetzt hier nochmal einen Speicherpunkt holen. Upsala. Ich darf nicht so für eine Mission verballern, aber noch sieht es halbwegs okay aus. Das passt schon. So, und hier haben wir die Bibliothek mit dem schönen Glockenturm da oben. Und ein paar, ja, Wegen, wo wir noch nicht lang können. Was steht hier? Gärtner 1. Also, der Randstreifen ist getrimmt, der Boden scheint gesund zu sein und bis zur 300-Jahr-Feier im nächsten Jahr sollte mit minimaler Pflege alles in Ordnung sein. Ich hoffe nur, dass die Stadt die Mittel aufbringen kann, um qualifizierte Maurer zu finden, die die Wände der Bibliothek instand setzen. Dieser Ort zerbröselt, zerbröckelt von innen und ich hasse es, zusehen zu müssen, wie er verfällt. Und das, nachdem ich all die Jahre um die Ecke von diesem Glockenturm und seinem ständigen Läuten schlief. Hier kommen wir noch nicht durch. Ah, ich mag die Architektur im Spiel so gern. Ups. Ah, guck mal, hier ist noch ein bisschen. Munition 42, wieder Haken, hier ist auch wieder eine Tür, wo wir noch nicht durchkommen. Es könnte halt so ein Harry-Potter-Schloss sein aus der Phase mit den, also jetzt hier nicht Hogwarts Legacy, sondern als die Filme rauskamen im Grunde genommen, die Phase, wo auch doch so ein paar A0-Engine-2 oder-3 Harry-Potters rauskamen. Entschuldigung, jetzt musste ich niesen. Ui, alles vorbei. Von dem ist aber nicht viel übrig geblieben. Überleg, dass bei dem hier noch alles da ist. Ja, ich glaube, ich schalte mal auf die kleine Anbrust um. Das ist auf der 5, naja. Wenn wir so viel Munition davon hier in der Gegend rumliegen haben, warum nicht nutzen? Wobei, hier für die Shotgun gab es auch ein bisschen was. Und hier gibt es sogar noch mehr für die Shotgun. Durch das Tor kommen wir auch nicht durch. Dann gehen wir hier oben lang. Wo will er denn hin? Ach, hier unten laufen wir, wollte ich gerade sagen. Ich höre doch hier irgendwo Schritte. Ist irgendeiner hinter mir gespawnt? Nein, sie sind eine Etage tiefer. Hier wäre noch so ein schneller, äh, seitwärts, äh, Schritt ganz, ganz nützlich. Aber ich glaube, das, oder? Ach doch, so ein bisschen geht es. Also nicht kurz. Obwohl, ne, das ist einfach Shift. Das hat damit gar nichts zu tun. Quatsch. Das hat damit gar nichts zu tun. Ja, ich werde mal ein bisschen, ein bisschen Ressourcen sammeln gehen. Dürfte die Shotze eigentlich voll sein, oder? Schauen wir mal auf die vier. Ja, wunderbar. Ha, ha, ha. Gute Nacht. Also, sag mal, heute, äh, kein Zielwasser getrunken wird. So. So. Eine Rüstung finden wir immer schön, aber die tatsächlich, also Rüstungsteile findet man nicht so in, ähm, in irgendwelchen Vasen oder so. Da muss man tatsächlich irgendwo ne, ne Rüstung finden. Ach, schau mal wieder oben die, die Gargoyles sitzen. Erstmal nach links, da war irgendwo noch ein Tor. Ah, sehr schön am Schild vorbeigeschossen. Na, wo ist er? Ja, also hier sind wir auch wieder, wir sind voll mit den Heiltränken. Ey, ich wünschte so sehr, dass es eine Heiltrank-Schnelltaste gäbe. Ich weiß, es gibt noch andere Tränke, aber das ist wirklich, das ist ein, ein fummeliger Scheiß. Ach, guck mal, da ist ein Rüstung. Haha, das war gerade ein kopfloses, äh, Skelett. Und jetzt kann ich hier die Abkürzung aufmachen. Und hab auch wieder Munition, ne. Wir sind zwar doch gut ausgestattet, um in die Burg reinzugehen. Hinter mir ist noch einer, aber den können wir, kann ich jetzt erstmal ignorieren. Ah, ne, da steht er vor mir. Zack. Geil, genau reingelaufen. Haha, da läuft er weg. Ich bin, 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 dofeierbar machen. Jetzt geht's mal, ist er nicht. Wenn man mit den Dingern hier Headshots macht, dann ist das auch recht stark. Ist das neu, dass die... Es kam ein Update. Und das sieht irgendwie so ein bisschen aus, als hätten sie das jetzt neu reingebaut. Mit den... Hallo, dass diese kritischen Treffer so offensichtlich zu sehen sind. Aber mir ist es vorher nicht so richtig aufgefallen. So, hier kommen wir nicht durch. Da sind wir hergekommen. Oh ja, süße kleine Hütte hier so nebendran. Also dieses Mitte-Alters-Setting-Ding, das gefällt mir wirklich gut. Also ich die blöden Sachen hier immer ständig zerschlagen muss, um ein paar Ressourcen zu finden, gefällt mir nicht so gut. Vor allem, wenn ich da nichts finde. Na gut. Klopf, klopf. Oh, gemütlich haben sie es hier. Noch die ganze Zeit Munition für eine Waffe, die ich nicht habe. Das ist übrigens auch so geil, dass hier diese blau leuchtenden Gläschen rumstehen. Die sind nur Grafikdetails. Also das ist gar nichts, was man benutzen kann. Was aber total irreführend ist, wenn man halt auch diese blauen Fiolen hat für die Gesundheit. Das ist auch wieder so ein... Wo man so denkt... Äh, Leute. Das ist... Das ist nicht gutes Design. Jetzt haben wir einen neuen Hebel. Und da unten ein paar neue Nervensägen. Und ein bisschen Text. Warte mal. Ja, mit Steinen auf Spatzen werfen. Bringt fast gar nichts. Kurz lesen. Gärtner. Die Heiden tragen keine Kleidung. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Dort hinten, hinter dem Grundstück leben Menschen. Sie sehen zivilisiert aus und leben doch in der Wildnis. Zweifellos irgendwelcher Abschaum. Ich werde mit den Wachen reden müssen. Hallo. Ach, guck mal. Da kann man nicht raufspringen. Okay. Wollen wir die Tür hier aufmachen? Ja. Aber das war noch nicht das, wo ich gerade den Hebel gefunden habe. Äh, weil da klebte schon ein Hebel drin. Das kann also damit nichts zu tun haben. Das ist jetzt auch wieder. Wenn ich jetzt irgendeinen magischen Spruch auf noch einer Schnelltaste oder so hätte, dann würde ich halt viel mehr die Möglichkeiten des Spiels nutzen können. Das ist so ein bisschen schade, dass sie halt, ähm, die Gameplay-Elemente, die ja durchaus da sind, hinter einer nicht ganz zu Ende gedachten Steuerung ein bisschen versauern lassen. Aber naja. Gehen wir mal nach unten. Gehen wir mal rein. Was schreibt der hier? Wieder der Gärtner. Äh, es geht eine Seuche um. Eine Art schleifender Mief, den man nicht abschütteln kann. Und das verreckte, äh, was? Das verschreckte die wenigen regelmäßigen Besucher, die wir hier in und um die Bibliothek herum hatten. Aber den Fremden, die wie Priester gekleidet im Moor herumstreifen, denen macht das nichts aus. Nein, die sehe ich sogar öfter. Sie sind voller Energie. Sie laufen mit federndem Schritt herum, während wir vom Fieber geschwächt zusammenbrechen. Ja, und das ist wahrscheinlich dann der Gärtner. Boah, ey, Grabe! Ui, das ist ein großer. Nee, oder? What the? Was ist denn da mit dem Sound passiert? Na gut, ich wurde nicht versetzt gerade gewesen. Ah, ist noch irgendwo einer. Hier haben wir wieder was, was wir erst, äh, mit einer zusätzlichen Fähigkeit kaputt machen können. Aber immerhin jede Menge Munition. Und den Stab habe ich ja noch nicht, oder? Lass mal kurz gucken. Nee, das habe ich noch nicht. Das fehlt noch. Das fehlte gerade noch. Das müssen wir uns noch besorgen. Das Upgrade. Ist hier noch weiter? Ja. Oh, da hinten. Ein kleiner Lichtzauber, also irgendwie eine Fackel oder sowas. Das wäre auch ganz cool. Ich meine jetzt nicht den hier. Zumal der ja auch gar kein Licht erzeugt. Ach, guck mal hier, ein Zahnrad. Ein schmutziges, aber funktionstüchtiges Zahnrad. Suche eine Maschine, in die es eingebaut werden kann. Okay. Jetzt suchen wir aber erst mal ein bisschen Ressourcen. Das ist ein bisschen unzuverlässig, wo hier was drin ist und wo nicht. Ein bisschen Magie. Aber das war eigentlich nicht das, was ich haben wollte. Okay, hier brauchen wir Magie. Burn, baby, burn. Ach komm, ich gehe kaputt. Der hat einen Heiltrag in der Hand, aber wenn er, wenn man ihn umbringt... Wenn man ihn umbringt, dann lässt er trotzdem keinen Heiltrag fallen. Wo? Ach, da! Komm, mach doch mal hier irgendwo ein bisschen Gesundheitszeug rein. Aber hier ist gar nichts weiter. Toll. Das Bild hier, irgendwie erinnert mich das an einen Charakter. Ich weiß nicht, ob er aus Baldur geht oder aus irgendeinem Spiel, das so ein bisschen in diese Richtung geht. Also irgendwie kommt es mir bekannt vor, als sei es so ein kleines Easter Egg. Ah, genau, hier ist was Neues. Dies ist eindeutig keine Bastion und auch nicht nur eine Infektion. Der Gärtner wurde nicht Opfer einer Naturgewalt, sondern eines Mörders. Ne, eines Mordes. Beim Schöpfer, ich bete, dass sie dieses Heiligtum des Wissens nicht entweiht haben. Wenn nur ein Buch über Maschinen den Weg hierher gefunden hätte. Schauen wir mal, ob das der Fall ist. Munition brauche ich nicht. Ich brauche ein bisschen Gesundheit. Ach komm, jetzt ist die ganze Wand schon eingestürzt. Komme ich nicht weiter. Oh, ein Penny. 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 Gut, genug James-Woods-Family-Guy-Zitate. Aber hier geht es erstmal nicht weiter. Wenn die Schotze schon voll ist, dann nehmen wir die auch. Hab ich euch nicht schon getötet? Was ist denn hier los? Ah, hat aber für beide gereicht. Ach, Gott sei Dank. Eine Rüstung. Danke. Und ein paar Sprengfässer. Also, falls ich irgendwie Gegner noch dahin locken kann mal. So, hier geht es nicht weiter, weil eine Fähigkeit fehlt. Hier sind echt viele Arten. Das Geile ist, der wirft diese... Der wirft auch diese Heilfelder aus. Oder einer von den Rotkäppchen war das. Und er versteinert... Nee, nicht versteinert, er vereist mich. Aber das müsste vorbeigehen. Aber wenn man dann in diese Heilarenen oder Areale, so rum, nicht Arenen, Areale tritt, dann wird man auch geheilt, obwohl der Effekt eigentlich für den Gegner gedacht war. Also für die Verbündeten des Gegners. Aber man kann ihn auch nutzen. Solche Effekte... Also, ich mag es immer total, gegen Gruppen zu kämpfen, wo sich Einheiten untereinander ein bisschen beeinflussen. Ich finde, das bringt immer eine interessante Dynamik rein, wenn man sich dann überlegen muss. Okay, wen macht man zuerst weg? Manchmal fehlt da die Explosion. Ich dachte mir so, wenn jetzt der brennende Gegner da hinfliegt und ich stehe direkt neben dem Fass, was explodieren kann. Na, gute Nacht, ey. Ey, der ist wirklich stark mit seinen grünen Angriffen. So, ich will raus aus dem Keller. Zumal ich ja hier hier noch zurück muss, weil ich hier Wege noch öffnen muss, für die ich aber andere Fähigkeiten brauche. Also, das kann man sich schon mal merken, dass hier irgendwo was ist. Ah ja, guck mal. Hä? Es fehlt ein Zahnrad. Where is the lost Zahnrad? Ah ja, hier. Wo habe ich denn das zweite hingesammelt? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. So, und damit sind wir in der Bibliothek. Auch wieder so schön, wie hier das Licht durchgeht. Die Fenster. Also, trotz der Retro-Optik an den richtigen Stellen auf die Details geachtet. Das ist halt, äh, am Ende dann doch etwas, nach etwas mehr wirkt, aussieht. I like. Ich bin jetzt. Also diese kleine Verzögerung ist nicht unbedingt immer absolut sinnvoll, was das Gameplay angeht, aber es sieht halt gut aus. Ach, schau mal hier, gleich in Brand gesteckt, dann wird der Durchgang sich wahrscheinlich gleich von selbst erledigen. Aber ich gehe trotzdem mal kurz nach oben, ah ne, guck mal, hier geht es auch noch durchs Fenster. Also und jetzt kann man hier dann, genau, hier kann man dann die Abkürzung freischalten. Ne, ich wollte aber nicht nach unten, ich würde gerne hier hin. Auch wenn ich am Ende keine Magie benutze. Hauptsache, einsam. Ey, wehe, da kommt man jetzt nicht ran. Das wäre es jetzt gewesen, wenn man da oben nicht ran gekommen wäre. So, das sieht gut aus. Ach, cool. Geheimnis gefunden. Aber wo bin ich denn? Ach so, ich bin hier rüber gekommen. Aber komme ich darüber wieder rein oder muss ich mich hier runterfallen lassen? Na, so geht es auch. So. Hihihi, hast du dir so gedacht? Na gut, gucken wir erstmal nach oben. Na gut, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Na, da hinten ist noch irgendwo einer. Ja. Aber der hat nur eine normale Armbrust. Ist nicht ganz so gefährlich. Wie der mit der, mit der Wookie-Armbrust. Ah, nee, doch. Ach, guck mal, der kann beides. Aber Rüstung, das wollen wir haben. Warte mal, ist hier noch irgendwo eine Händerscheibe, die ich zerschießen kann? Aber hier kann ich auf jeden Fall oben auf die, die Buchregale rauf. Und noch ein bisschen Geld einkassieren. Und einen Heiltrank, nehmen wir den mal, ja, oder? Ja, wir haben einen neuen. Den nehmen wir. Zack, her damit. Hier noch irgendwas. Nee. Nee. Mehr ist hier nicht. Dann gehen wir wieder runter und können in die Haupthalle. Ich würde auch hier schon wieder einen stöhnen. Da hinten ist noch einer. Ach, guck mal, die schießen den auch als Einzelschuss mal ab. Das ist ein festes Tor, da komme ich nicht gegen an. Oh, dieser Rabe. Das ist aber auch ein festes Tor. Da komme ich auch nicht gegen an. Kann ich hier durch? Nee. Okay. Hm. Wo kommen wir denn jetzt weiter? Hier war doch... War an der unteren Etage noch was? Warte mal. Habe ich jetzt einen Durchgang übersehen hier unten? Ui. Also hier ist nix. Ach, guck mal hier. Haupthalle. Da ist sogar ein Regal umgefallen. Und da brauche ich einen Schlüssel für. Und... Die Kultivierung von... Krux... 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 Kruxfölz. Schere, die westliche Hecke Farmer aus dem Norden. Hallo. Komisch, manchmal akzeptiert er das Greifen nicht. Geht aber auch nicht auf. Hm. Ah, doch ganz oben irgendwo was. Und ich habe es jetzt nur übersehen. Ah, sie ist der Fahrstuhl nach unten. Ah, da oben ist noch... Pfff... Ist noch eine Leiter. Oh, ein bisschen Geld. noch mehr Gold, aber das ist alles nichts, was mir was hilft. Wo ist der... Aber hier kann man auch hoch. Das ist aber auch nur... Nur für Geheimnisse. Geh doch mal nach ganz oben. Vielleicht war da doch noch was. Oder bin ich durch das... Nee, durch das Fenster bin ich ja nur wieder in den... In den bekannten Raum zurückgekehrt, wo ich ja... Wo ich ja schon war. Ah, sie ist Kronleuchter. Das Fenster ist nicht zerstört. Der ist runtergefallen. Hier ist aber so auch nichts weiter. Okay, zweite Etage noch mal checken. Also hier ging es raus. Und das ist nur der Weg zurück. Da... komme ich her. Liegt jetzt aber auch nicht irgendwo... Noch auffällig ein Schlüssel rum. Hier geht es nicht durch. Oder nee? Ja, wenn man da durch könnte, dann wären die leicht angesprungen, die Fenster. Okay, also er schickt mich hier. Oder kann ich das doch wegruzeln? Nee, 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 nee. Das sah ich mit der Stahlver... Ähm, na. Wie heißt das? Verbauung, Vermandlung oder wie auch immer man das nennen will. Sah das schon zu sehr aus, als würde man da nicht durchkommen. Okay, hier gibt es noch mal Munition dafür. Ist irgendwo ein Mechanismus, den ich anschießen kann? Also ein Elektromechanismus? Das sind ja jetzt eigentlich nur noch die Türen... Also die beiden Türen und die Tür eine Etage tiefer. Da ist nur ein Schild. Ey, fuck, ich sehe es nicht. Ist das irgendeins von den Fenstern? Ach, guck mal, hier ist ein Fenster, wo ich durch kann. Ah, deshalb lag hier auch Zeug davor. Deshalb lag da Zeug. Da drüben war ich in dem Gebäude. Ah ja, okay, jetzt bin ich hier drin. Jetzt kann ich den Weg wieder zurück aufmachen. Und ein Tagebucheintrag. Was für eine organisierte Anstrengung, diese Unholde, die das Symbol des parallelen Pfades pervertiert haben. Betrachten sie sich als Schöpfer, weil sie diese Grenze überschreiten? Aber bin ich besser mit meinen flammenden Händen und meinem leuchtenden Stab? Der Zweck heiligt nicht die Mittel, aber ich muss all dem ein Ende setzen. Sicherlich besitzt der Oberarchivar ein Register der lokalen Geschichte oder der regionalen Folklore. Vermutlich ist es sogar an einer offensichtlichen Stelle platziert. Gut, das ist das, was ich wahrscheinlich hier gerade schon sehe, das Buch. Moment. Was ist das? Oh! What the fuck? Man muss nur auf die Level-Clues ein bisschen achten. Hier ist im Job schon wieder ein Durchgang. Aber das ist nur ein Weg zurück und da kann man dann die Tür da unten öffnen, die man aber auch schon vorher gesehen hatte. Okay. Wir hatten ja jetzt so vieler Schuss vertragen. Guck mal hier. Die Reise südlich über die Karre hinaus. Tauche den Eimer, um den Spatzen zu baden. Die Reise südlich über die Karre hinaus. Tauche den Eimer, um den Spatzen zu baden. Okay. Das müsste man sich in der Theorie notieren. Oder ein Handyfoto machen mit. Und dass ich die Sache nochmal angucken kann. Die Hinweise. Im Notizbuch, glaube ich, merkt er sich das nicht. Das ist hier nur der Weg wieder zurück. Also wieder im Garten, wo fast die Reise begann. Aber nur fast. Aber wir wollen hier bleiben. Ah, hier ist auch wieder dieser Kirchenfenster. So hübsch. Very nice. Auch hier wieder der Gargoyle, der so schön angeleuchtet ist. Zwar auch nur eine Lightmap, die draufliegt, aber trotzdem schön. Jetzt haben wir hier das Buch. Und hier noch den Weg nach oben, oder? Ja. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Und nochmal eine Rüstung. Nehme ich die einfach gleich? Ne, ich glaube, ich lasse erst die andere Rüstung kaputt gehen, bevor ich mir die schnappe. Oh, ich kann mir das Buch mal schnappen. Tagebuch aktualisiert. Was haben wir da? Hier. Hier. Ich muss dieses Haus im nördlichen Moor untersuchen. Ich zögere zwar, ein Gebäude als Ursache zu betrachten, aber werden Sporen nicht auf diesem Wege verbreitet? Seuchen auf Ratten, die Karawanen folgen? Vielleicht gibt es zumindest eine Antwort auf all diese Rätsel. Ein Baum, dessen Wurzeln und Stammen aus Fleisch sind? Sein Herz offenbart sich nur, wenn er angesenkt wird. Ich habe gesehen, wie weit und tief seine Wurzeln sich ausgebreitet haben. Ein Haus, das nicht brennt, ist ein logisches Zuhause für eine solche Abscheulichkeit. Ich werde die Räume des Archivars erkunden, um einen Weg aus diesem Labyrinth der Buchstaben zu finden. Es wirkt so ein bisschen, als würden manche Teile so ein bisschen fehlen. Also als würde man hier eigentlich noch ein Stückchen was von der Geschichte lesen müssen, tatsächlich. Oh, das ist ein Geist. Kann es aber nicht. Ich habe doch schon mal einen Kopf verloren, aber ich habe auch nur noch fünf Schuss. Shit. Wow. Ja, mit der Schatze muss ich halt ganz schön nah ran. Das gefällt mir nicht so sehr, was hier. Schiebe den Heckenschnitt in die, in der Karre hinfort. Wow. Okay, also wenn man da drin ist, dann wird man vom Blitz erwischt. Das war Kopf Nummer drei. Und Kopf Nummer vier. Jetzt war ich gar nicht richtig drin. Ich glaube, er hat trotzdem irgendeine Art von Nahkampfangriff. Auch wenn man das nicht so richtig sieht. Ach guck mal, jetzt haben wir eins von diesen Upgrade-Items, die man für die Zaubersprüche braucht zum Beispiel. Tür hinten ist aber immer noch zu. Oh, und ich könnte meinen Gesundheitstrank vertragen. Ist auch tatsächlich, äh... Also, das Feedback ist nicht so gut bei dem, bei dem Bosskampf. Ob ich dich. das öffnen das geht nicht auf aber das ist das hier ist so schön also mit denen mit den fenstern wenn man hier von der seite so ein bisschen guckt wie schön das rein leuchtet so recht mächtig wenn man mal nah genug rankommt dann ist er mächtig jetzt aber noch mal ein zaubertrack nehmen aber hier ist das so so cool wie das durch durchleuchtet schick 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 okay das ist der weg zurück in die halle das bringt jetzt erst mal nix jetzt habe ich nicht darauf geachtet hat das gerade meine blaue energie aufgeladen oder was macht das obwohl oben stand jetzt nicht dass da irgendwas reingekommen ist dadurch ist jetzt hier noch irgendwas jetzt noch weiter auch schön hier mit dem waaah und waaah und Voila Oh shit Okay Mist 437 Gold verloren Aber gar nicht so wahnsinnig weit weg Holen wir uns das erstmal wieder Habe ich hier noch was drin? Nein Hier noch was drin, nein Shit 122 305 Headless Nick Was ist denn der? Türe doch hier noch Ich würde auch noch einen tapsen Da Und noch einer Komm her So Wie stimmungsvoll das wieder ausgeleuchtet ist Hammer So und hier haben wir jetzt ein Schieberätsel Ich glaube hier rennt noch irgendeiner rum oder? Ne das bin ich selber Hier haben wir jetzt ein Schieberätsel und ich glaube das ist optional Ne hier rennt er noch irgendeiner rum Das ist optional und das werden wir dann am Anfang der nächsten Folge lösen Dann gibt es jetzt verschiedene Wege Es geht einmal hier wieder in ein Labyrinth zurück Das ist aber ein neues Labyrinth Es geht hier glaube ich Es gibt hier einen Schalter den ich aktivieren kann Das kann ich noch mitnehmen Das ist auch nur ein Geheimnis Beziehungsweise zusätzliche Belohnung noch Wieder Menge Geld Ist wieder Upgrade-Zeit demnächst Es gibt hier drüben wieder einen Also so ein bisschen einen Weg zurück Aber das schauen wir uns alles in der nächsten Folge an Also bis denn Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü permettet